Es ist soweit, die FDP ist deutlich unter 5% gefallen in der aktuellen Umfrage von RTL, NTV, Trendbarometer. Wir gucken uns das ganz genau an, auch natürlich, wo steht die Alternative für Deutschland und wie wird denn eine neue Koalition bei Neuwahlen möglich sein? Also welche und wie würde die denn aussehen? Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen und wir sehen das Ganze hier in einem Beitrag von RTL, denn die haben diese Umfrage hier gemacht, RTL, NTV, Trendbarometer nennen die das ja immer, die politische Stimmung, die dann hier erhoben wird, von der Dame moderiert und vorgestellt, dann sehen wir nämlich einen deutlichen Verlust direkt bei der SPD um 4% auf nur 14%. Und klar, als Disclaimer direkt nochmal vorweg, man muss natürlich bei solchen Umfragen immer aufpassen, wer wurde da befragt, wurde da in der grünen Parteizentrale befragt oder sonst irgendwo, wir wissen das, aber wir sehen ja Trends, wir sehen ja Trends und die Trends gehen dorthin, egal bei welcher der Umfrageinstitute man guckt, dass die SPD sehr, sehr stark nach unten abfällt und die CDU wiederum stark am Steigen ist. Und das sehen wir jetzt hier, 32%, 32%, ich habe lange keine 3 mehr an erster Stelle bei der CDU, CSU, also der Union gesehen, das ist wirklich ein krasses Ergebnis. Und es ist nachvollziehbar, das muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich macht die CDU, CSU, also die Union gerade keine sonderlich gute Oppositionsarbeit, aber die Leute sind verzweifelt. Die Leute sind verzweifelt, es herrscht natürlich in vielen Köpfen immer noch, und das wird auch über die nächsten Jahre hinweg noch einige Zeit weitergehen bei vielen, die AfD ist rechts, rechts ist böse, rechts ist schlecht, man darf die AfD nicht wählen. Und gerade bei solchen Umfragen ist es auch häufig so, dass man sich auch nicht traut, wenn man da so direkt befragt wird oder vielleicht per Telefon angerufen wird und wird gefragt, würden Sie denn jetzt welche Partei wählen? Und dann, ja, die AfD, bitte, wirklich, würden Sie das wirklich machen? Ja, wer weiß, das würde bestimmt nicht jeder zugeben, weil es läuft ja auch unter dem Wahlgeheimnis, wenn man in der Kabine ist. Interessant ist aber, dass die SPD wirklich hier 4% verliert und damit nochmal deutlich unter die 15%, die sie in manch anderen Umfragen noch mit Ach und Krach geschafft hat, bekommt. Und das ist nochmal die kanzlerstellende Partei. Die Grünen, unverändert, das erschreckt mich eigentlich am allermeisten, bei 14%. Wie kann es denn sein, dass diese Kandidaten weiterhin bei 14% sind, als wäre nichts gewesen? Die haben eine Kernwählerschaft, die ist so resistent gegen die Realität offensichtlich, wahrzunehmen und zu sehen, was hier passiert. Das finde ich persönlich wirklich unfassbar. Das erschreckt mich eigentlich am meisten. Denn wenn die FDP, gehen wir gleich genau drauf ein, ebenfalls in der Koalition, also in der Ampelkoalition mit der SPD und den Grünen, ja, ebenfalls fällt, um satte 2%, dann warum fallen nicht die Grünen? Dann würde man doch argumentieren können und sagen können, ja klar, die gesamte Regierung ist, also die Menschen sind mit der Gesamtregierung unzufrieden. Natürlich, alle drei Parteien fallen, hmm, ein Schellenbeböses dabei hängen. Komischerweise fallen die Grünen als einzige Partei nicht. Finde ich schon sehr, sehr merkwürdig. Denn wir gucken uns gleich auch noch andere Umfragen an. Jetzt aber zum Highlight. Highlight im negativen Sinne für die FDP, für manch einen von euch, aber auch die Genugtuung oder auch Schadenfreude kann man dazu sagen. Und es ist nur nachvollziehbar, denn wenn man sich überlegt, was die FDP vor den Wahlen versprochen hat, wie sie sich verhalten wird, was sie machen wird, was sie nicht machen wird und wie die FDP aktuell regiert, dann sieht man doch ganz klar, das ist das Ergebnis. Das ist nur nachvollziehbar und das gönnen viele dieser Partei, weil sie einfach unzufrieden und unbefriedigt von dieser Partei sind. Nur nachvollziehbar. Wir sehen, dass die Linke ebenfalls unverändert bei 4% ist und damit weg vom Fenster, da die Direktmandate ja nicht mehr gelten würden. Wir sehen, die nehmen wir aber noch vorweg, die freien Wähler hier bei 3% ebenfalls gleich geblieben. Und dann sehen wir die AfD nur in Anführungsstrichen bei 21% mit einem Plus von 1%. Und das finde ich persönlich sehr interessant, denn ich habe ja in den letzten Tagen auch verschiedene Impffragen berichtet, wo wir zum Beispiel hier bei Infratestimap gesehen haben, dass die AfD sehr, sehr stark geworden ist, über die letzten Wochen nochmal ordentlich zugelegt hat hinweg. Guck mal, vom Sommer an waren sie ja eigentlich immer die 20, 21%. Dann gab es mal 22%. Aber jetzt, gerade im Oktober, 23%. Komischerweise, aber das ist schon ein bisschen abgeschlagen, keine 10% auf Summe bezogen, aber doch ein deutlicher Unterschied von den 23 zu 21%. Lässt ein bisschen aufhorschen, wenn man auch sich nochmal die Umfrage von Insa auch anguckt. Bei Insa sehen wir das nämlich ebenfalls. AfD bei 23%, nicht 22, 21,5% oder sonst was, sondern satte 23%. Ein Schelmbeer, naja, ihr kennt das ja mittlerweile. Nichtsdestotrotz, was wären jetzt die möglichen Konsequenzen? Was könnte jetzt passieren? Ich glaube ja nicht daran, das habe ich ja mittlerweile aufgegeben, nach nunmehr zwei Jahren, dass Christian Lindner die Koalition brechen würde. Warum würde er das in der aktuellen Situation auf gar keinen Fall tun? Nur rein logisch. Denn wenn er das Risiko eingehen würde für Neuwahlen, könnte es ja sein, dass sie komplett rausfliegen. Dann hätte man zwei Jahre, die man eigentlich jetzt in gesicherten Posten hat, verschenkt. Und dieses Risiko wird in Christian Lindner auf gar keinen Fall eingehen. Aber nochmal ein bisschen Wissen bezüglich der Koalitionsfindung. Es könnte heute Nachmittag ein Anruf passieren, oder in der Pressemitteilung wäre das Ganze bekannt, und der Kanzler Olaf Scholz würde die Koalition aufbrechen. Und er würde eine neue Koalition bilden. Die könnte beispielsweise sein zwischen SPD und CDU. Ich habe euch bereits am Wochenende, oder vor dem Wochenende war es ja noch, von diesem Berliner Gerücht, was dort aktuell kursiert, berichtet. Dass es sein könnte, dass er wirklich die Koalition aufbricht. Weil der Kanzler steht schlecht da. In den Umfragewerten, wie auch persönlich, steht er schlecht da. Mit solch einem Ergebnis und solch einer Politik, die dort gemacht wird. Denn die Minister wiederum sind ja nur, ich sage mal, seine Diener, in Anführungsstrichen, die aber keine Kündigungsfrist haben oder ähnliches. Wenn er sagt, der Habeck, das reicht mir jetzt, das funktioniert nicht, oder alle anderen auch, alle Minister, beendet, dann ist das innerhalb von 10 Minuten erledigt. Und dann würde faktisch eine neue Koalitionsbildung stattfinden können, die er macht. Oder er würde auch Neuwahlen ausrufen. Also der Kanzler hat ebenfalls die Möglichkeiten. Aber natürlich haben auch, genauso fairerweise, die Grünen die Möglichkeit, diese Option in Erwägung zu ziehen. Aber was man natürlich ebenfalls nochmal durchdenken könnte, wäre, wenn man, wenn die FDP jetzt doch die Koalition auflesen würde, und es würden keine Neuwahlen können, sondern man würde auf dem basierenden Ergebnis von vor zwei Jahren koalieren, könnte CDU, AfD und FDP vielleicht gemeinsam regieren. Aber das sind alles irgendwo solche, ja, in Anführungsstrichen, Wunschträume von manch einem, dass es hier zu einer Veränderung kommt. Würde das wirklich etwas verändern, Leute? Denn wir sehen doch, wie sich die CDU, CSU verhält und dass damit offensichtlich keine andere Politik passiert. Denn wer Schwarz wählt, bekommt ja leider nun mal Grün. Das wissen wir mittlerweile. Und ganz interessant ist aber auch, wenn man sich das Wahlergebnis in Bayern nochmal anguckt. 37% bei der CSU, 15,8% Freie Wähler, 14,6% bei der AfD. Und wenn man sich das jetzt auf der Zunge zergehen lässt, gerundet sind das, Pi mal Daumen, ich habe es vorhin ausgerechnet, habe die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, fast 70%. Sagen wir mal 65%. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Rechte Parteien, wenn man die CSU und die Freien Wähler und die AfD alle in diese Kategorie jetzt mal einsortiert, sprechen sich in Bayern für eine rechte Politik aus. Das ist ein ganz, ganz hartes Stück, wenn man sich das mal überlegt. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt weitergehen wird, ob an diesem Gerücht aus Berlin wirklich was dran ist. Das bleibt auf jeden Fall spannend, meine Freunde. Dementsprechend jetzt abonnieren nicht vergessen. Danke dafür. Schreibt mal eure Meinungen rein. Hat die FDP das verdient oder trauert ihr mit ihr? Bis zum nächsten und ciao.